In Deutschland hat natürlich das Thema Nationalmannschaft hohe Wellen geschlagen. Wie gehst du mit den Aussagen von Manuel Neuer um? Ist das für dich ein Thema gewesen? Ja, ich meine, da gibt es für mich schon was zu zu sagen. Natürlich, du kannst keinen Konkurrenzkampf ausrufen und erwarten, dass Spieler, die nicht spielen, glücklich über die Situation sind. Und Fußball ist auch Leid und Freude und Enttäuschung. Und ich glaube, dass man nun sicherlich nichts zu meinem Gefühl oder zu meinen Gefühlen sagen muss und das bewerten muss. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, wenn man über die letzten Jahre nachdenkt, und dann sieht man, wie ich mich verhalten habe. Und ich glaube, dann sind Aussagen wie diese unpassend. Und ja, ich denke, in dem Fall einfach, dass es damit beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017